So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück mit einem kleinen Info-Video, nämlich ihr seht schon, ich habe hier den Skin schon von Assassin's Creed, aber es gibt halt jetzt auch von Epic Games bestätigte Infos, dass das Ganze dann endlich mal auch für euch ins Spiel kommt, beziehungsweise in den Shop reinkommt, weil natürlich nicht jeder darf sich ein Spiel noch nebenbei auf dem PC kaufen, einige haben ja gar keinen PC, da gibt es natürlich das andere Problem. Also, wir bekommen einmal den männlichen und den weiblichen Skin, natürlich richtig nice und das Ganze wird reinkommen am 8. April. Also die zwei kommen wahrscheinlich als komplettes Paket rein, ich bin mal gespannt, wie teuer das dann für mich wird, weil das hier habe ich ja bereits schon. Jetzt ist halt nur die Frage, sie kommt noch rein, die Pickaxe kommt noch rein, das Emote, denke ich mal, ja, integriertes Emote Wikinger Kriegsschrei und das Schild kommt noch rein, also es ist schon einiges dabei, dann ein Ladebildschirm kommt noch dabei, also wenn es ein Paket wird, dann wird es ein ganz großes Paket, weil überlegt mal, ihr kriegt zwei Skins, insgesamt, ja, sagen wir mal, zwei Spitzhacken, weil das hier wird ein Ziel sein, was das Boot soll, weiß ich noch nicht, Emote, Rückenaccessoire, Schild, ja, klar, die Spitzhacken, ach, der Hängekleider ist das Boot, boah, das kann natürlich auch geil werden. Wie gesagt, das sind nur die Infos, 8. April, ich wollte es euch nur gerade offiziell auch nicht wieder irgendwelche Leaks, etc. Was haben wir hier nochmal? Ich sag ja, ich liebe einfach Vikings, einfach ein Traum. Wie gesagt, Skin ist nice, der Skin ist natürlich noch besser, in Anführungszeichen, also, kurze Infos für euch. Das wird alles reinkommen, könnt ihr natürlich selber nochmal alles lesen, bei Fortnite selber, einfach auf Neuigkeiten gehen, ihr seht es hier, da ist das Ganze drin und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß, es dauert nicht mehr lange und haut rein, jetzt muss ich wieder die Bildschirm hier finden. Wie gesagt, gern Like da lassen, gern Abo da lassen und in dem Sinne, haut rein.